Was hast du gesagt? Dieser Map wäre die andere Waffe besser. Achso, hier kannst du jetzt noch tauschen. Ich arbeite anzuschauen. Ich stehe im Anfobor. Ich hätte reißen. Das war die... Ja, die. Wo wäre immer schwer, manch. Nee, die... Ich habe hier beigeschaltet. Okay, doch, damit macht er auch. Das ist gerade gehört. Hm? Deine hört sich gerade in den Turm rein. Bam, tot! Gut. Ah. Also wenn du Granate upgradest, hast du alle 10 Sekunden, hast du die Granate. Mhm. Hast du auch schon gemacht, oder? Mhm. Aber sonst Damage mäßig glaube ich nichts, oder? Nee, Damage mäßig nichts. Für die anderen auch. Ja, das wäre ja mies. Ja, das wäre ja mies. Die noch mehr Damage machen die Scheiße. Skywalker ist unterwegs zu uns. Naa! Ach, ich habe ihn auch. Gut. aber wir haben auch noch die waffe werden ja du kannst immer ändern muss halt also ein todbüsch kannst du aber das ist gut gegeben oder ich schreibe klasse es war nicht so gut für gesundheit oh oh fuck drecksgranaten jenny ich mag diese granaten nicht scheiße sowas das ding erobern kann jemand immer weg holen wo was wir wo die müssen dort sein oder hat sich zerrissen der ziemlich zwar noch erwischt aber ich eben auch diese kleine not gleich gehört der letzte kontrollpunkt was wird ja gleich vorbei was habe ich gerade hier für ein wall heck wieso sehe ich hier alles durch stöhrle gang war der ne oh fuck wow Nicht einnehmen! Nein! Nicht das machen! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, ich bin noch raus. Das tut mir leid, hiermitglied. Dann habe ich gerade so daneben geschild, vom Feinstein. Nein, wo kommt denn der her? Random eine Granate geworfen und auch eingetroffen. Das war fast peinlich gerade. Das war gut. Ich bin noch einiger mit der